Herzlich Willkommen, mein Name ist Rutolo, Luca Rutolo von duro-consulting.de und ja, wir haben heute hier unseren Kunden, den Luciano da. Hallo. Hi. Und ja, wir waren jetzt gerade eben oben in unseren neuen Büroräumlichkeiten. Wie fandst du es? Sehr schön, sehr schön. Sehr groß, viel Platz und sehr schön hält, ja. Danke dir, mega. Ja, Luciano, erzähl doch mal, was genau machst du beruflich und wer bist du? Ja, also ich bin Luciano und bin selbstständiger Baufinanzierer, heißt, ich arbeite mit mehreren Banken und vermittle halt die Kredite für einen Hauskauf, für eine Wohnung oder für einen Hausbau an Banken. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Haus kaufe, kaufen will für eine halbe Million, dann hilfst du mir dabei, die besten Zinsen zu bekommen und weil du, oder warum soll ich nicht zu meiner Bank gehen und sondern zu dir? Ja, also es gibt ja manche Banken, also jede Bank arbeitet anders, jede Bank hat andere Richtlinien und ich weiß genau aus meiner Erfahrung, ich habe an der Bank gearbeitet, schon Ewigkeiten und durch meine Tätigkeit als selbstständiger Baufinanzierer weiß ich genau, welche Bank welche Projekte finanziert. Ja, sprich, du gehst zum Beispiel zu deiner Hausbank, ja, die sagt, okay, cool, du bist ein cooler Typ, aber das Haus gefällt mir nicht so, ja, dann schlagen sie halt mit den Zinsen eher drauf, ja. Krass, okay, wusste ich gar nicht, krass, richtig. Ja, weil die sagen, hör mal zu, das Haus sieht nicht in einem Top-Zustand aus, unsere Richtlinien sagen, wir dürfen bestimmte Häuser mit bestimmten Eigenschaften nicht finanzieren oder wir finanzieren sie, aber müssen da Zinsaufschläger draufschlagen. Ich kenne die Banken, die das nicht machen, ja, also Vorteil ist hier oder was meine Aufgabe ist, ich bin der Anwalt, der Kunden, ja, die kommen zu mir, die sagen, hey Luciano, hör mal zu, ich möchte mir Objekt oder Immobilie kaufen, das, das, das muss gemacht werden. Meine Aufgabe ist es, ein Konzept aufzubauen, wie sie am wenigsten Zinsen zahlen, ja, und wie sie auch erst mal das Jahr bekommen. Ja, mega, mega, ja, auf jeden Fall, also auch dieses Jahr und es gibt ja immer so diese Storys, dass die Banken quasi die größten Verbrecher sind, aber nur das Vertrauen einfach genießen und kannst du es bestätigen einfach nochmal so, also ich weiß nicht, das frage ich mich jetzt, weil stimmt das so? Ja, nein, nein, also es gibt ja wie gesagt in jedem Bereich, sage ich mal, die schwarzen Schafe, ja, und ein Bankmitarbeiter hat ja seine Vorschriften, seine Ziele und heißt, er muss das machen, was ihn die Bank sagt, ja, und wenn er Ziele hat, ja, muss er diese auch erreichen, ja, er muss es, ansonsten wackelt seinen Stuhl, ja. Bei mir ist es quasi so, der Kunde kommt zu mir, es bringt mir nichts, wenn ich den Kunden alles reindrücke und die höchsten Zinsen, weil er kommt dann nicht wieder. Ja, das stimmt, was reicht. Und was verliere ich dann? Ich verliere Werbung, weil wenn, beispielsweise du kommst zu mir, ich mache dir eine geile Finanzierung, ja, du bist mega zufrieden, du erzählst was von mir und dann, das ist die beste Werbung, Mundpropaganda. Ja, das stimmt. Ja, also ich kann mir quasi keine Fehler erlauben, ein Bankmitarbeiter kann einen Fehler machen und der kriegt morgen wieder einen anderen Kunden, ich nicht. Ja, das stimmt. Ne, mega, also ich merke auf jeden Fall, du bist absolute Experte in dem Bereich, nimmst es dir auch voll zu Herzen, also wenn jemand da irgendwie Fragen hat, ich blende jetzt hier mal seinen Account ein, kann ihn gerne anschreiben, denke ich. Und ansonsten, ja, erzähl doch mal aber jetzt ganz kurz, du bist jetzt Kunde bei uns, ich glaube jetzt seit knapp fünf Monaten, kann das sein, ne? Ja, richtig. Und du kamst ja über eine Empfehlung hierher und dann hast du quasi vor Ort dein Erstgespräch oder Verkaufsgespräch gehabt. Ja, warst du, wie, wie, du wurdest da durch eine Empfehlung auf uns aufmerksam, aber warst du skeptisch, sage ich jetzt mal am Anfang, wo du hierher kamst oder erzähl mal da. Ja, also ich bin ja sowieso gegenüber Coaches immer ein bisschen skeptisch, ja, aber ich habe mir ja, A, erstmal deine Videos angeschaut gehabt und mega interessant, ja, dann habe ich auch mich über einen, der bereits mit dir zusammengearbeitet hat, mich mal ausgetauscht und da kamen nur positive Sachen rüber und da habe ich gesagt, du, ich muss mein eigenes Bild davon machen. Und ja, dann hat mir das Erstgespräch gehabt und ich glaube, die Chemie hat direkt gepasst, ja. Ja, und so wie du alles erwähnt hast, waren genau die Sachen, die ich benötigt habe in dem Moment, ja. Okay, also das heißt dann, als wir dann unser Verkaufsgespräch hatten, dann hast du gemerkt, okay, da ist echt was dahinter, da ist konsistent dahinter und dann hast du gesagt, okay, das passt. Okay, cool. Jetzt, ja, wie war das denn so bei euch, wie war die Situation vor dem Coaching? Wo, 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 wo sagt ihr, okay, da brauchten wir Hilfe, in welche Prozesse? Also wir hatten ja Herausforderungen gehabt, erst recht in der Corona-Zeit, weil unser Geschäft ist halt so, dass wir viel halt persönlichen Kontakt, persönliche Gespräche mit den Kunden hatten und das ist halt während der Corona-Phase wirklich komplett weggebrochen. Und halt mussten wir hier wirklich uns Hilfe holen, wie schaffen wir quasi immer noch die gleiche Beratungsqualität, immer noch, sage ich mal, die Kunden an uns zu binden oder zu überzeugen, auch wenn sie nicht vor Ort sind, direkt nicht vor uns sind. Und ja, genau, deswegen kamen wir auf euch. Das heißt also, der klassische Online-Vertrieb, beziehungsweise der neumodische Online-Vertrieb, das heißt, über Videotelefonie zu verkaufen. Ja. Und das habt ihr dann implementiert dann bei euch und macht das jetzt auch bereits. Genau, mit eurer Unterstützung haben dann auch für uns selbst dann gemerkt, dass das ist viel effizienter. Die Kunden, die mögen das. Ja, also am Anfang dachten wir, okay, wie kommt das rüber, aber die Resonanz war wirklich sehr positiv, ja. Und auch mit den ganzen Tools, mit dem ganzen Ablauf, das, was ihr uns auch dann gezeigt habt, das hat wirklich gefruchtet und ja, sind sehr zufrieden damit. Mega, okay. Vor allem auch, denke ich so, hattet ihr schon vorher Leitfäden aber jetzt, sage ich jetzt mal? Wir haben ja bei euch, okay, alles digitalisiert, den Verkaufsprozess, aber Telefonverkauf ist ja nochmal was anderes als Offline-Verkauf. Hattet ihr dann vorher schon Leitfäden oder waren durch unsere Leitfäden, hat das euch geholfen? Erzähl mal da. Also wir hatten ja keine Leitfäden gehabt, das war wirklich kompletter Neuland, erstmal auch die Leute erstmal zu qualifizieren, ja. Deswegen habt ihr uns, sage ich mal, uns ein paar Impulse gegeben, wir haben dann die zusammenarbeitet, die ganzen Leitfäden und ja, jetzt halten wir uns dran und ja, die Abschlussquote ist in Ordnung. Ja, mega. Ja, nee, das freut mich echt zu hören, vielen Dank. Vor allem auch, weil Leitfäden hin und her, schön und gut, aber halt die richtigen Leitfäden dann auch zu machen, das sage ich immer jedem, ist so der Schlüssel, du brauchst die richtigen Fragen, du brauchst auch die richtige Emotion an der richtigen Stelle und das ist dann eben immer entscheidend. Luciano, wie fühlt es sich an, bei Duro Consulting Kunde zu sein? Also sagst du, wir sind immer erreichbar oder sag mal, es gibt ja viele, die sind vielleicht nicht immer erreichbar oder an die kommst du nicht so ran. Wie fühlt es sich einfach auch an, Kunde bei uns zu sein? Also man wird hier wirklich sehr, sehr gut aufgehoben, man ist hier wirklich sehr gut aufgehoben, man geht wirklich individuell auf jede Situation ein, es ist keine Massenabfertigung, ja, so wie hier ist ein Konzept oder hier ist ein Rezept, machen wir jetzt, ja. Also gar nicht auch auf die Reaktion, falls wir immer Probleme hatten oder irgendwelche Herausforderungen, wird immer schnell reagiert. Was für mich persönlich sehr, sehr wichtig war, ist auch dieses Abzocke, dieses wir haben jetzt das Geld und tschau, jetzt mach mal was, das hatten wir nie gehabt. Auch Leistungen wurden uns angeboten und man hat uns auch geholfen, bei Sachen, wo ihr eigentlich nicht zuständig wart, habt ihr trotzdem uns geholfen und ja, mega Wertschätzung und es macht einfach Spaß. Genau. Also das ist auch uns ganz wichtig, auch vielen Dank für das Feedback, ja. weil, immer over deliver, ich kann dir zum Beispiel einfach mal auch eine Szene so, ich hab ja auch schon, wir haben ja auch schon bei diversen Agenturen und so weiter eingekauft und ich weiß noch, wo einer uns falsche Versprechungen gemacht hat, dann konnte er das nicht einhalten und, aber das Geld war halt bezahlt und dann fühlst du dich halt auch im Nachgang, dann denkst du dir so, A, wurdest du vielleicht irgendwie, ja, veräppelt, sag ich jetzt mal und B, hast du jetzt einfach im Nachhinein gesagt, viel zu viel Geld bezahlt, vielleicht auch für diese Dienstleistung und dann gehst du ja auch kein zweites Mal mehr hin oder empfiehlst den auch gar nicht weiter. 100%. Und deswegen ist immer over deliver, under promise ein ganz, ganz wichtiges englisches Sprichwort, was man auch leben sollte. Ja. Mega. Jetzt ist mir noch eins ganz wichtig und zwar würdest du uns grundsätzlich weiterempfehlen. Ja, das grundsätzlich kannst du weit wegmachen, also ich würde sagen, empfehlen, ja. Mega. Ja, mega. Fählen würde ich auf alle Fälle, ja, für alle Leute, die bestimmte Herausforderungen haben, aber auch für Leute, die keine Herausforderungen haben, einfach mal einen anderen Blickwinkel, mal eine andere Art des Verkaufs, ja, eine andere Art von einem Prozess, vielleicht seht ihr mal einen anderen Blickwinkel, was euch weiterhilft, ja. Ich meine, letzten Endes investiert man in sich selbst und eine Investition in sich selbst ist nie einfach rausgeschmissenes Geld. Ja, auf jeden Fall, also vielen Dank dafür Luciano an der Stelle. Ja, danke euch. Danke fürs Domo Consulting Team. Gerne. Auf eine weitere gute Zusammenarbeit auf jeden Fall. 100 Prozent, ja. Danke, dass du heute da bist. und ja, kleiner Hack auch noch an dich, gerade so für das Thema Leitfaden, wo Luciano gerade gut gesagt hast, so das Thema Verkaufen ist, ja, das ist der Grundstein für Erfolg und wenn dein Leitfaden in deinen Leitfaden am Ende noch steht, wollen wir starten, ist das für dich so in Ordnung? Sollen wir sagen, ähm, sollen wir das machen? und dann solltest du lieber sagen, soll ich auf der Rechnung deine private Anschrift oder die von deiner Firma nehmen? Ja, das ist zum Beispiel eine richtige Abschlussfrage und dann sagt natürlich jeder Unternehmer, wenn du im B2B-Segment tätig bist, natürlich die von meiner Firma, ich will sie auch absetzen. Und so sagst du, kaufen oder kaufen, das sind zum Beispiel solche Blickwinkel, die viele nicht haben und bedanke mich bei dir, Luciano, Maschine, schönes Service, Attacke, Vollgas. Ja. Genau.